Hallo Gartenfreunde, ein neues Video. Heute ist der 7. September. Machen wir ein Erntevideo. Als erstes werden wir mal ernten. Nicht die Katze, sondern ich habe noch reichlich Lauchzwiebeln da. Ein Paket habe ich schon verbraucht. Aus dem Frost in die Suppe. Wir werden erstmal diese Seite hier abernten heute. Die Ernte lasse ich noch drin. Soll das? Soll das? Das war's. So, ich habe mir das gleich etwas vorbereitet, hier den Kühlschrank, damit wir nicht den Ganzen direkt zu Hause ab. So, das ist erstmal die erste Ernte, werde ich erstmal sauber machen, dann sehen wir uns zum Schluss, wie immer das ergeben soll, wie es aussieht, mal schöne Lauchzwiebeln, dann machen wir die zweite Ernte. Freunde, die zweite Ernte, wir haben noch reichlich Paprikas. Die langen Finger kommen. Paprikas haben wir auch noch reichlich, 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 kleine und große, spitz und rund. Hier haben wir zum Beispiel einen Block Paprika. Paprika. Paprika ernte hier hoch zufrieden. Spitzpaprika. Noch eine Spitzpaprika. Aber der Sonnenbrand ist nicht mehr da. ist nicht mehr ganz so heiß. So, ich mache erstmal alle ab und dann sehen wir uns das Ergebnis an, wie immer. Freunde, die Honigmalonen sind immer noch reichlich vorhanden. Zum 7. September werden wir heute mal ein paar ernten. Haben wir hier eins, zwei, die zum Ernten sind. eine, die geht mir nicht ab, zwei, drei, drei Stück. Die lege ich erst gleich hin. Gibt es nämlich eine schöne Größe. So, eine schöne Größe. Na, die Kamera steht nicht richtig. Ja, hier haben wir erst noch mal eine. Nummer 4. Nummer 5. Nummer 6. Nummer 6. Hier haben wir die Feene. Nummer 7. Die andere sind noch grün. 7 Stück. 7 Stück. Kammer und wie man sieht, das blüht immer noch, könnte immer noch was kommen. Mal sehen, was wir noch finden zum Ernten. Harten Freunde, wir haben was gefunden, da sind zwei kleinen hier, Kürbissen, werde ich für Nadja Kompott machen, weil ich esse ja keinen Kürbis, schmeckt mir nicht. Vielleicht mache ich mal ein Video drüber, Kürbiskompott. Der ist gut, und der Kleine ist auch gut hier. Die zwei nehmen heute ab ins Kürbchen. Da haben wir den hinten noch, etwas größeren. Der hier, aber der ist noch nicht fertig, der ist noch grün, der Stängel. Den lassen wir noch. Übrigens, die Wassermelonen habe ich gegessen, die waren nicht größer, wie ein kleiner Apfel. Das waren die Wassermelonen. Haben zwar geschmeckt, aber waren elendig klein. So, mal sehen, was wir noch zu finden zum Ernten. Harten Freunde, wir haben noch eine Ernte. Und zwar Tomaten. Wird nicht voll werden. Voriges Jahr wäre es kein Problem gewesen. Na, schauen wir mal, wie wir mal rauskriegen. Für 140 oder 150 Tomatenpflanzen, sehr wenig. So, jetzt gucken wir mal das ganze Ergebnis an von heute, was wir hier geerntet haben. Garten Freunde, die heute geerntet. Fangen wir mal an. Ja, ja, zack. Hopp. Paprikas. Zwei Kürbisse. Rein ins Kürbchen. Die Honigmilonen. Sechs, sieben, eine Kürbisse gegessen. Sechs, sieben waren es. Auch ins Kürbchen. Dann haben wir noch ein paar Chilis und Pepperonis. Auf ins Kürbchen. Ein paar Einlägegurken. Zwei. Fünf, sieben Stück. Hier haben wir unser Lauchzwiebeln. Hier habe ich geschält. Und eingekürzt. Schon fertig für das Einfräusten. Ein solcher Lander hier schneiden. Kleiden. Zuck, 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 zuck. Auch ins Kürbchen. Dann haben wir noch ein paar Mürbchen. Kürbchen. Für die Suppe. Ein paar Tomaten. Wie gesagt, wenig. Und sie hat Nadja gepflückt. Weintraub. Für Saftmann. Saftmann. Wнизu черne Vinnagrada. Swerchu, немного zelöner. Aber normalerweise черne Vinnagrada. Das war's. Mal zum Abschluss kommen. So, Gartenfreunde. Wie immer. Lieber einen Daumen nach oben. Würde ich mich freuen. Abonnieren. Kommentieren. Auf die Glocke drücken. Wenn ihr das nächste Video nicht verpasst. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Пока, пока. До свидания. Ставьте палец вверх. Если вам понравилось наше Video. Все. was Messiah. Auf Wiedersehen. A du siehst du.